Oh man, wir werden uns sicher in den Tod stürzen. Na gut, mal sehen, was uns da unten erwartet. Oh Gott, was ist denn das? Oh Gott. Die Rotschwingen! Ach, Mensch. Das ist ja toll. Wir sind mitten in einem Kriegsgebiet gelandet. Sie haben uns wohl überholt. Gegen wen kämpfen Sie eigentlich? Ich werde Ihre Formation durchbrechen. Festhalten! Ja, ich muss die Stimmen erst wieder raufkriegen. Ja, ich glaube festhalten wäre nicht schlecht. Sie wird nicht halten! Wir stürzen ab! Ja, kann dieser Tag eigentlich noch besser werden? Sie ist hier! Ein Tod! Hä? Was? Wie? Wo? Rosa. Und die anderen? Sind alle in Ordnung? Ja, aber mein Schiff, wir müssen landen! Es ist zu gefährlich! Wir haben wohl keine andere Wahl. Lasst sie runtergehen! Nein! Ein Kampf! Nein! Was soll das? Attack! 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 Bieten! Angreifen! Angreifen! Ja, ich sag doch mal, man muss Feuer mit Feuer bekämpfen! Okay, aber wir sind ziemlich stark, würde ich sagen! Abwehr gesteigert! Achso, das bewirkt Sammeln! Na Mensch! Ah, Steiner Blick am Arsch! Äh, ja! Zack, zack! So, Kane ist eine Stufe aufgestiegen! Mizzrill Hammer! Ist Mizzrill vielleicht besser als Gaia Hammer? Nö, schlechter! Kommt gar nicht in die Tüte, dass wir deswegen Mizzrill nehmen! Zwergenburg! Na, der wird sich Sid ja wohl wohl fühlen! Yo! Ich bin Loser! Meine Puppen sind weg! Hast du sie gesehen? Ja, klar, die liegen hier doch überall rum! So, erstmal erforschen! Was gibt's hier? Ach, ein Inn! Mensch! Heyo! Nein! Wichtiger Raum! Äh, ja! Kaufen! Kaufen! Hammer! Hebt Wicht auf! Äh, 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 äh! Nein! Ich wollte doch was anderes kaufen! So, wir können uns schon mal leisten, um ihn zu pennen! Das geht schon, Mann, klar! Gut für Nacht! Dun, dun! Einzelt bereit! 5000 Guild gefunden! Mensch! Glückstag! Heyo! Nein! Wichtiger Raum! Ah, ja! Gut zu wissen! Gibt's hier einen Fundwaffenladen? Waffenladen, 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 Waffenladen... Okay, da kommen wir auch nicht durch! Juuu! Dann, ähm... Jo, Kingzwerg! Willkommen! Und ihr seid? Ich bin König Giot! Herrscher über die Unterwelt! Was wollt ihr? Wir sind auf der Suche nach den Dunkelkristallen! Ah, ich verstehe! Ihr seid wie die anderen, aber es scheint nicht, dass ihr auf deren Seite seid! Wo sind die Dunkelkristalle? Wurden sie gestohlen? Zwei wurden uns genommen! Es verbleiben zwei weitere! Dann sind wir zu spät! Der Kristall der Burg ist noch in Sicherheit! Unser Panzer haben sie aufgehalten! Ja, wir haben eure Panzer beim Kampf gegen die Luftschiffe gesehen! Luftschiffe? Werden sie genannt? Die Oberwelt bringt viele Wunder hervor! Unsere Panzer haben etwas gelitten! Könntet ihr uns mit eurem Luftschiff helfen? Eigentlich müsste sie erst repariert werden! Der Angriff hat sie fertig gemacht! Wir werden alles zu, um euch bei der Reparatur eures Luftschiffes zu unterstützen! Ach! Sie wird bei der Lavahitze nicht lange halten! Ich werde erst dabei vorläufige Reparaturen machen und dann an die Oberfläche zurückkehren! Ein bisschen mit Drillen zu sammeln! Damit werde ich sie zu hochrüsten! Zit! Zit! Rigg dich erst mal ab! Ich will deine Handdruck drehen wieder zurück! Sei vorsichtig, Zit! Hey, keine Angst! Ich bin zäh! Zit hat die Gruppe verlassen! Königiert! Wo ist der Kristall? Am sichersten Ort! Der Burg hinter meinem Thron! Hm? Yang, was ist? Da belauscht uns jemand! Was? Äh... What the fuck? Wuiiii, erst mal im Kreis drehen! Vielleicht hast du dir das nur eingebildet! Ich wünschte, ich wünsch dir es! Aber ich spüre eine Aura! Er öffnet die Tür! Jawohl, eure Meisterin! Dadadadadadada! What the fuck? Sie ist abgeschlossen! Hey, Poho! Woho! Äh, what? Puppen? Na, das kann ja lustig werden! Äh... Äh... Goldwitz! Was für Tricks hast du noch mehr mit? Ratet wer? Die... Zelo... Brinas! Wir sind süß! Und wir sind böse! Wir lieben es zum Töten! Jetzt sollen Köpfe rollen! Ja! Ein Geschenk für Galbets! Jawohl! Vergesst es! Oh Gott, sind die hässlich! Ja... Oh, schwach noch dazu! Brot ist auf alle! Oh Gott, was ist das für eine nervende Musik! Die ich gerne noch ein bisschen lauter für euch stelle! Zack, zack! Die scheinen aber nicht sehr stark zu sein! Nee, irgendwie nicht! So, und dann einmal wieder... Ja, hau mich doch nicht! Kriegst du ja eh auf die Fresse, blöde Puppe! Alter, die haben aber anscheinend ganz schön viel Leben! Das passt mir irgendwie gar nicht in den Kram! Oh, sie greifen doch mal rosa an! Greift nicht rosa an! Beten! Auf alle! Na los, ihr scheiß Puppen! Geht down! Ja, mein Gebet wird erhört, aber nur so ein bisschen! Und warum greifen sie immer rosa an? Seid ihr schwul oder was? Hat euch eure Mutti kein Benehmen beigebracht? Analyse, ich weiß nicht was es bringt, aber irgendwas wird es schon sein! Vereint euch! NEIN! Finde ich gar nicht lustig! Hihihi! Weißmagie... Ach, Weißmagie... Mann! Fesseln, hier! Bringt vielleicht was! Zack, zack! Angriff! Gemach! Sprung! Äh... Fies! Äh, ich hab jetzt nicht gesehen, was da stand. NEIN! Wie jetzt? Wieso ist... Ey, das ist ja unfair... Ey, das ist ja unfair... Ach, was ein Glück... Boah, Alter, wie knapp war das denn? Jan ist eine Stufe aufgestiegen! Autsch! Du Dragon... Drogonson! Ach, warte, Alter! Aber jetzt weiß Goldbitz von diesem Ort! Erkriegt euch jetzt... Sir Goldbitz! Ah, ja. Die Luftschiffe bedeuten wohl, dass er sich schon vorher den Ort gekannt hat. Unsere Wege kreuzen sich erneut. Ach, Mensch. Golbitz, du alte Spache. Golbitz! Herzlichen Glückwunsch, dass ihr den Weg in die Unterwelt gefunden habt. Als Belohnung werde ich euch nun den Grund erläutern, weshalb ich die Kristalle sammle. Die acht Kristalle des Lichts und der Dunkelheit des Dunkels sind die Schlüsse zur Aktivierung des Turmes von Babel, der zum Mond führt. Legenden besagen, dass man auf die Mondkräfte erlangen kann, die unvorstellbar groß sind. Ich benötige nur noch einen Kristall, um meinen Traum zu verwirklichen. Ihr habt mir sehr in meinem Streben geholfen. Freut euch auf eure allerletzte Belohnung. Nein! Wie unfair? Äh, wir sind schon fast tot alle, aber gut. Eismagie! Vita! Das reicht bestimmt. Sprung auf Golbitz! Hehe! Dies ist deine Kraft, ich herbend hatte mehr Erwarte. Eisfessel! Und der Blick der Vara. Schatten, ich rufe euch. Beschwören! Schwarze Fänge! Schwarze Fänge! Schwarze Fänge! Die Gruppe wurde besiegt. Game over. Äh, wie jetzt? Moment. Ach nee. Scheiße! Äh, ganz kleinen Moment mal bitte.